Willkommen zurück zu den Daniel Land! Wir machen heute Today weiter mit Animal Crossing Sweet Day! Wir wiederholen es nur x-mal. Was? Wir wiederholen es nur x-mal, um das LP in die Länge zu strecken. Und um unsere Sucht ausleben zu können. Wir sind nicht süchtig, wir können nicht aufwählen. Christoph ist süchtig. Wenn wir heute noch nicht schlafen können, dann muss ich an Animal Crossing denken. Ja, dann wählen wir bitte aus. Hallo? Ich glaube, das ist wieder falsch oder so. Nee. Ah ne, geht doch. Chirin wird gefistet, ey. Wir machen... Es sei nicht mehr als zwei. Nee. Richtig schlecht. Soweit ich weiß nicht. Ich bin ein Frosch! Scheiße! Aber... Als CV-Fan-Bediener-Frage-Recht. Ja, Face-Came-Ala...Face-Came, ja. Face-Fate-Kam. Face-Fate-Kam. Fate-Kam. Ehe? Ach, hier gibt's ja einen. Ja! Ja! Schön! Ja, Face-Came, schon mal. Da freut sich der Frosch. Ja, ja. Das ist klar. Hier ist noch ein Ze... Er ist halt doch zu dritt. Er hat doch gerade gestanden mit zwei Spielern. Was hast du jetzt? Oh, kann man jetzt endlich anfangen? Das dauert immer so lang. Ich bin Bonita mal fertig gelabert, fand das nervt so. Du nicht! Wollen wir das fechten? Ich fahre... Ich folge euch einfach. Ja, schon mal. Bo, Baum. 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 Leib. Gut, ich hab gar nichts gefunden. Hey, Jonathan, hier links! War nicht Jonathan! Oh, man, das ging viel zu schnell. Oh, Jonathan! Oh, man, das ging viel zu schnell. Oh, Jonathan! Hey, wer... Stili... Ha! Jonathan! Wer ist das Rosane Eichhörnchen? Oh, Jonathan, du nur! Wer ist das Rosane Eichhörnchen? Hier bin ich. Keine Ahnung. Der Stili wahrscheinlich. Weil den Jörter hab ich gerade zweimal getrolt. Christian, wo bist du? Ich bin weg! Ja, wo bist du? Ich weiß es nicht! Komm doch einfach. Mein Gott, ich bin schon voll... Verdammt! Hallo! Hallo, Jonathan! Holger ist hier. Pass auf. Ach so, Holger ist hier. Warte, ich nehme ein paar ab. Warte, ist ein Football. Verdammt! Boah, Scheiße! Fuck, Alter! Alter, schaut mich mal an! Alter, schaut mich an! Komm, hierher! Hierher! Wir können's reißen! Nein, Alter, Holger ist hinter mir her! Wo seid ihr denn? Ja, komm, das schafft mir! Nein, 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 nein! Kann ich überhaupt noch was essen? Alter, schaut mich doch mal an! Ich bin unten links übrigens! War aber knapp. Weil Jonathan so schlecht war. Nein, warte, ich muss noch auswählen, die Nächsten. Die Tiere gewinnen. Guck dir den Fan, Christian. War die ganze Zeit damit beschäftigt. Guck mal, Christian, stell mir einen praller Sieg! Praller Sieg! Den hatte ich auch schon. Alter. 98 zumindest schon. Ja. Übrigens, danke jetzt, dass du mich unter einem Comic in Facebook erwähnt hast. Ahahaha! Spacko! Der bis... Welcher war das? Bei was war das? Ähm... Jeder hat diesen Kumpel, der voll viel viel... Wild aus! Aber, ähm, nicht zunimmt. Ja, das ist... Ach, da hat er mich... Das ist doch keine Beleidigung! Ja, ich weiß, aber trotzdem... Stimmt doch auch! Wie... Wie fang ich nochmal, ähm... ZR und ZM. Achso, stimmt. So mit beiden. Ich schaff das Gamepadu! Boop! Das hat aber Spaß. Aber irgendwie ist man... Mach doch jetzt! Mein Gott, ihr Alter! Bäh! 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 Ein Stempel! Boah, das und... Pro! 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 Pro-mäßig. Da gibt es immer so Missionen, die man machen muss. Hallo, wer ist der Blaue? Hallo! Guckt doch auf! Alter! Nicht oben! Ja, ich weiß, dass du bist du, oder? Ja, dann nicht hier den Bischöp Russell gucken! Das ist nämlich, ähm... Ey, natürlich darf man das! Ich weiß, aber du findest uns dann leichter! So... Oh, ich bin schon voll felsich! So.. Stehle hier, hier, äh! Aber wir haben schon fast gewonnen! Scheiße, wenn wir euch am Anfang nicht finden. Ich bin da gleich hinterher gelaufen. Du standest da ungefähr bei der Mitte und wir sind gleich durch. Wir sind durch. Jawohl! Oh, schlecht! Toll. Kein Herz abgezogen, der schlechteste heute bis jetzt. Gibt es wieder irgendeinen Stempel? Okay, es macht eindeutig mehr Spaß als Früchte-Sammler zu spielen. Stiele kriegen Stempel, Meister-Streuch. Meister-Streuch! Meister-Streuch! Ich krieg keinen, denn ich hatte den schon. Gib mir! Ich will auch! Ich will auch! Alter! Ja warte, Me wechseln. Ich bin nur mit Frau. Ich finde es so unnötig, dass ihr immer den Me wechselt. Ja, dann wissen wir doch, wer wir sind, mein Gott! Ey, ich war doch mit Familie. So, dann bin ich jetzt dieses Mal's Gamepad. Hä? Hey, gib mir mal die Fernbedienung. So, ich will's Gamepad sein. Ja, hier, mach doch! Okay. Ja, Jonathan. Mach's so. Geh doch. So! Der Christian ist schon wieder. Ich steh dann mal wieder auf, was ich eigentlich nie tue, was ihr eigentlich... Ich weiß wie das geht. I'm trying to bear! Wie ist dieses Remix? I'm doing! I'm doing! I'm doing! I'm doing! I'm doing! No. 2! Wer war jetzt noch nicht dran? Steely, ne? Ja! Wir hatten ja auch 2! 2! Also bis jetzt ist es der schlechteste hier. Eindeutig! Kein Ding für'n King! So, jetzt mal... Der Spruch ist echt dumm, Christian. Nee, du hast Facecam vergessen. Nee, die kommt erst jetzt... Zu sterben. Die muss er erst einschalten, Idiot. Hahaha! Kommt zum her! Ich hab' ihr... Hier! Pssst! Pssst! Pass auf, steh! Die Polente kommt! Oh ja, ist schon... Steh! Lauf weg, Alter! In den Slenderwald! Scheiße, Christel ist neben dem Hinterbier. Fuck! LOL! Du wirst einfach in die Seite wartet! Mag ich, das wäre jemand anders! Wo lauf mich denn hin? Fuck! Hey, kommt ihr immer zu dem Baum! Boom! Oh, ihr sagt ja weiter... Oh, das ist jemand, das ist jemand, das ist jemand! Hallo Bullen, hallo Bullen, hallo! Und damit hab' ich euch ausgetrickst! Hui! Trickser! Der Trickser! Der Pizza-Trickser! Hey! Bleib bei... Ah, fuck! Da sind sie doch, Jonathan! Scheiße! Scheiße! Abgeschnitten! Fuck! Ich bin zu dumm und zu laufen! Hey! Scheiße! Warum? Die Verbindung zu viel... Ach so! Ich konnte gar nichts mehr machen, die Verbindung ist abgekackt! Olga, komm, hier ist noch ein Baum! Oh nein! Nein, hier, hier oben! Hier ist unfair! Komm, Jonathan! Ja, macht ihr das! Was? Pass auf! Läuft jetzt weg! Läuft jetzt weg! Wir brauchen noch 20! So, ich krieg euch hier Pisser! Schnell, lauf weg! Der links... Oder rechts oben! Ja, dann geht ganz nach oben! Boah! Scheiße! Ich komm neben der Herr! Pass auf! Nein! Scheiße! Nein! Ja, dann lauf weg! Komm her! Jawohl! Nein! Ich seh das! Was soll dich da machen? Läuft! Weglaufen! Christian kam von links und von rechts! Nicht mehr einzig! Wie kann man eigentlich beide steuern? Ich konnte mal nur einen steuern! Da auf den... Achso, auf beiden! Achso! Boah, stehe ich so innovativ! Herr Christian, schuld an! Jawohl! Ich geh hier ab wie ein Zäpfchen! Was? Ne, das ist auch nicht okay! Gib mir mal eine Rieferung! Jonathan Zäpfchen! Sie ist original angekackt! Ja, angekackt! Angekackt und angeschissen! Oh, angekackt! Oh Gott! Warum bin ich Christian? Ich freu mich wie ein Schnitzel! Dieses geile Schnitzel! Mach jetzt! Ja, mach jetzt! Hallo! Ich hab doch... Ja, ich hab doch grad dem ausgewählt! Was wollt ihr? Hast gar nichts gemacht! Ich hab für dich ausgewählt! Dorfsoße oder? Dorfsoße! Ha, 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 ha! Dorf, du, du! Leiter! Saoße! Natürlich! Dorf, Prost! Ahoy, Prost! Boah, halt die Fresse! Hätte du mal leid, Alter! Oh, du, du! Alter, hast du die liebe Wasser? Sie lachen eben! Ich mein, boah, verpiss dich! Das geht doch mal ein Mann! Geht doch mal ein Mann! Göttlich, einfach ein göttlich! Schuhe, die kriegt sie wieder! Scheiße, wo sind die? Komm her, komm her! Wo sind die? Ja! Ja, auf den Bildschirm gucken! Zu wissen, wo wir sind! Ah, sorry! Wir sind gleich fertig! Sorry, sorry! Guck mal, wie fett ich schon bin! Ah, nein! Die Molette! Ah, ah! Ja, warte noch keine Angst vor Stilin zu haben! Stimmt! Der kriegt uns eh nicht! So ist es! Ich mach's! Ich mach's! Nein! Alter! Scheiße! Ich hab abgeworfen! Oh mein Gott! Du hast dich erwischen lassen! Nee, er hat ein paar abgeworfen! So! Ja, das macht Sinn! Wow! Ich bin mir gleich zu beleidigen, weil ich irgendwas... Ja, dumm! Ja, hier, hier, hier! Hallo! Hallo! Lauf weg! Werf ab! Werf ab! Spritz ab! Spritz ab! Spritz ab! Spritz ab! Spritz ab! Nein! 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 Garn nix hat er geschafft. Ja, das kannst du an. Ja, kein Ding! Schiller hat keinen Ding, du hast keinen Ding! Wir haben alle keinen ... Ich bin Tadius! Ja, das ist Tadius! Tadius hat sogar zwei Dinge! Hä? Ok, jetzt bin ich wieder. Ja, das tut. Das war geil. Aber wir nicht verstehen. W-Wäh, wählt ihr mal bitte aus. Vergesst es immer! Ihr das verkackt gemacht. Alter, aber er verruckelt immer die Kamera. Seid ihr behindert oder was? Das ist die Kamera. Das ist ihr Wille. Das ist der Christian. Ja, Christian furzt sie dir an. Glaubst du Hause? Glaubst du, breit. Glaubst du Hause? Seid doch mal leise. Jetzt kannst du es. Seid doch mal leise. Ich schaue doch mal leise. Ich schaue doch mal leise. Oh Gott, Alter. Seid doch mal leise. Ich kriege doch hier arschlich. Vor allem, weil ich auf dem Bildschirm gucke und mich nicht mehr dann sehe. Christian! Oh, da ist aber nichts. So, ich muss da ja stehen bleiben. Oh, Polenze! Scheiße, die Polenze! Scheiße! Nein! Stieh die nicht! Stieh die nicht! Die kommen doch eh nicht! Stimmt eigentlich. Scheiße, ihr hatt es doch gleich geschafft. Ja, komm! Ach, Jonathan! Nein! What the?! What the?! What the?! What the?! What the?! Oh mein Gott! Hilfe, Hilfe! Nein! Nein! Ich spiele nur noch! Ich steh dich! I'm sorry. Sorry, sorry. Es tut mir leid. Ich finde hier die ganze Zeit nur 3er. Boah! Boah, Alter! Verstehe mich nicht falsch. Ich liebe 3er, aber... Scheiße, Scheiße! Nein! Ach du... Fuck! Wieso steh ich hier? Alter! Das gibt's doch nicht! Chili! Nein! Alter! Hilfe! Hilfe! Zurück, zurück, zurück! Nein, ich bin auch grad lang. Ich warte hier. Jonathan, du musst den Weg zurücklaufen. Scheiße! Kommt einer zurück, kommt einer zurück! Nein, nein! Ach du Scheiße! Ja! Ja! Jau raus, jau raus! Sie haben sie. Hey da versuchst du das gar nicht! Boah! quan! Wo més! Aber eben ein 1 abgezogen. Das ist wirfett. Nächste! Der er isch der Fiedler! Oh mein Gott! Wiedler! Eiyoi! Oui! Der Fiedler! Heuwe! Der Fiedler! Wант loaner! Heuwe! Scheiße, der wilde fliegen! Meinepage amating! Aber was ist dieser 저희가? Der will heute fliegen? Der Knechtowitsch, der Film hat den Reichter. Schön, lass ich auch meinen Nachnamen hier rauspusten. Ja, kein Ding, wir haben jetzt schon allen jenen gesagt. Dolinski heißt der Rico, übrigens. Stockt ihn auf Facebook. Ja. Wünscht ihm alles Gute zum Geburtstag. Keine Haltung zum Geburtstag. Oh Mann, das finde ich voll scheiße. Rico, sag's hier. Rico, du bist ein Arsch. In alle Welt hinaus. Happy Birthday, Rico. Du bist ein Arsch. Lass sie nochmal in Ruhe, mein Gott. Jetzt alle im Kanon. Also in allen vor. Ja, 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 ich bin doch eins, zwei, drei. Rico ist ein Arschloch. Leute, ich bin doch auch ein Spaß zu mir, könnt mich könnt ihr leiden. Ja, ach nee, aber... Nein, wir hatten nicht gestern. Ja, und du willst was hatten dir gegen den. Er ist ein Spaß. Ist doch auch ungemeckt mich. Ja, du bist aber eine andere Art. Dann Rico hat den Hack fressen. Chris, dann zwar auch aber nicht so doll. Oh, scheiße. Oh, Stidi. Scheiße, die stehen da ja scheiße. Voll die Kämpfer, Alter. Ja, ach nee. Okay, wir spielen eben mit Stihl. Wir spielen mit Mario Kart. Nein. So wie die Textur von den Häusern vollstuhlen. So wie wenn's geschieht. Ja, oben, da oben, da oben. Ich werde sterben, irgendein. Oben, oben. Ja. Ach, du bist das? Oh fuck. Polenta. So viel, mach. Der Gehl. Der Hülfling. Knecht man mit. Ja, allesamt. Allesamt scheit. Nur nach fünf, geil. Wir haben's fast. Wuschtet du links, gewuscht. Ja, mach mal. Ich zücker's hinaus. Ich lenke die hier ab. Ja, ja. Wir sind noch, glaube ich. Nein. Da, da, da. Da ist noch eins. Da, da haben wir es. Wir haben's, wir haben's, wir haben's. Ja, gut. Halt ein. Oh, nö. Jetzt kann ich ja noch welche abwerfen. Yay. Super, Jatan. Bist du gut. Irgendwann hast du alles abzuziehen. Ja, jetzt bin ich jeder dran. Ui. Ja, Stidi abzuziehen ist aber auch keine Kunst. Hallo? Hey, nee. Ich bin noch dran. Nein. War's doch schon zweimal, Jup. Zweimal? Ja. Süchtig, süchtig. Take it, take it. Take it like a hole. Take it. Vier. Take it. Wie? Wo solltest du die, die auswählen? Ja. Bist du da. Jonathan, alias Jonas. Wähle aus. Machst du das ja verstanden? Hör auf. Hör auf. Hab ich auch. Hör auf. Inselfest oder? Hey, mach mal. Ist doch scheißegal. Mach mal wieder die Dorfsausen. Die Dorfsausen. Darfst du? Ahoi, Pauze. Nein, ich werde jetzt den nicht bringen. Oh Mann. Bitte? Stidi, P1. Bitte. Das reicht nicht für dich. I please you. I hate 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 you. Okay. So, einfach mal wieder nach unten laufen. Wir brauchen jetzt wieder nach unten. Okay, ciao. Okay, ciao. Hier, komm, hier, ganz. Nein, ich. Nein, ich komme zu der Kriste. Ja, mit zwei. So, dann. Fuck. Hallo. Scheiße. Kommt die Polente schon wieder. Hier ist so fest. Nein, auf mich. Da ist der Fädler. Ausgepisst. Alter. Ja, ich habe hier. Scheiße. Boah. Ich dachte, er ist so scheiße und kriegt es jetzt hin. Komm, hierher. Ah, nein, ich komme zu dir, Jonathan. Jonathan, schmacko. Wer ist das im Blauen? Ja, okay. Ich bin nicht. Also, welches Blau denn? Scheiße. Oh, fuck. Ich sehe erst jetzt Polente. Polente ist scheiße. Yo, wey. Die Polen kommen wir auch. Die Polen. Nein, scheiße. Alter, lauf doch weg, Jonathan. Da mache ich auch keinen. Hier, 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 wo ich hinzeige. Also, da oben. Alter, ich habe die ganze Zeit abgeworfen. Ich will doch die behalten. Kann ich. Die ist mir auf den Schleiber so. Nein, da oben. Geh einfach da oben hin. Oder, Christa, komm, du. Ich kann jetzt nicht. Boah, jetzt seid doch echt so die Noobs. Jetzt können wir. Ja, jetzt kommt die Polente. Leck mich so. Wo lauf ich? Doch, natürlich ist ich doch da. Boah, meine Arme. Nein. Kommt doch die Arme lösen. Ja, ja, ja. Na, fast. Haha, stieb ich. Ich stand neben dir. Ich stand neben dir. Scheiße. Scheiße. Wer war das jetzt? Ja, aber ich stand neben dir. Alter, fuck. Wir werden so verliehen. Oh, fuck. Werf deine ab, werf deine ab. Nein. Boah. Scheiße, Alter. Ich will nicht der Leitrahmen. Nein. Der Stili hat mich eingesperrt. Sorry, sorry. Alter, Stili hat gewonnen, Ärzte. Was? Ganz heiß. Was haben sie mit mir jetzt gemacht? Jonathan. Ah. Ah. Scheiße, Alter. Ich bin auch nochmal. Wir müssen das Video sperren. Ja, Stili hat den Stempel. Schnapp den Stroll. Schnapp den Ständer. Was? Keine Ahnung. Na ja, im nächsten Fahrzeug ist es dann wieder. Okay, ciao. Eine echte Hüttengauni. Ich schieb dir gleich einen rein. Okay, ciao. Okay, ciao. Tschüss. Tschüss. Rassel. Ciao.